Für Bücher, T-Shirts und mehr schaut auf meiner Webseite weltenbruch.de vorbei. Ich bin Psychologe, Privatpraxis. Ich gehöre, und das darf ich sagen, ohne arrogant zu wirken, zu den besten Psychologen des Landes. Zu mir kommen nur relativ wenige Patienten, drei oder vier am Tag, manchmal weniger. Manager mit Zwangsneurosen, Informatiker mit Depressionen, Priester in Glaubenskrisen. Die meisten meiner Patienten sind leicht zu behandeln, brauchen eher einen Gesprächspartner und Zuhörer als einen Spezialisten. Vielleicht ist es mittlerweile auch schick, zu einem Psychologen zu gehen, ich weiß es wirklich nicht. Aber solange das Geld stimmt, kümmert mich das wenig. Es gibt nur selten Fälle, bei denen ich weiterführendes Wissen bräuchte. Einer dieser Fälle ist zum Beispiel Sophie Niedracht. Er und Frau Niedracht hatten ihre Tochter zu mir gebracht, in der Hoffnung, diese könnte dadurch ein traumatisches Erlebnis besser verarbeiten. Es passierte in ihrem alten Haus. Ein Brand, den sie nur knapp überlebt hatte. Es war mittlerweile ihre fünfte Sitzung und noch immer wollte sie nicht direkt darüber sprechen, erzählte dies und das, aber wich dem Brand aus. Komm schon, wie war das mit dem Brand, Sophie? Nun ja, das Feuer kam und brach von unten nach oben aus. Ich war oben, ging aus dem Zimmer, suchte meine Eltern in ihrem Schlafzimmer, aber sie waren nicht da. Und dann? Dann sah ich diese Gestalt mit den braunen Haaren, so wie ich gerade. Nufiza, Zauster! Bis auf die braunen Haare konnte ich nichts erkennen, ihr Gesicht konnte ich nicht richtig sehen. Hast du irgendwelche Details, wie sie gestanden hat? Ihre Haltung, ihre Gesichtszüge? Sie antwortete mit einem Kopfschütteln. Es machte mir zu schaffen, so machtlos zu sein, ihr nicht helfen zu können. Das Einzige, was ihr vielleicht jetzt noch helfen konnte, war eine Konfrontation, eine Rückkehr zum Ort des Geschehens. Ich wusste zwar, dass es riskant werden könnte, aber es gab keinen anderen Weg. Ich rief Sophies Eltern ein paar Tage nach der Sitzung an, um meinen Plan zu besprechen. Herr Niedracht, es ist etwas heikel, aber ich möchte Ihre Tochter zu dem Ort bringen, an dem es passiert ist. Warum wollen Sie das? Es wird ihr wehtun. Sie wissen das. Ja, aber ich glaube, dass es den Heilungsprozess immens beschleunigen, die Therapie auf ein ganz neues Level bringen könnte. Ich glaube, dass sie dann wirklich in der Lage wäre, das Ganze zu verarbeiten. Sie ist nicht bereit dafür. Sie könnte wieder zurückfallen. Ich glaube wirklich, dass das die einzige Möglichkeit ist, um sie wieder völlig gesund zu machen. Nein, meine Tochter wird nicht wieder zu diesem Ort gehen. Das wird sie krank machen. Bitte unterlassen Sie solche Überlegungen in Zukunft. Er stockte für einen Moment. Ich glaube, es wäre sogar besser, wenn wir die Therapie mit Ihnen beenden. Herr Niedracht, die Therapie ist hiermit beendet. Wir zahlen Ihnen die restlichen Rechnungen. Aber ich möchte doch gar nicht... Gute Nacht, Herr Rorschach. Gute Nacht, Herr Niedracht, sagte ich. Damit war es dann wohl vorbei. Ich hatte den Termin relativ schnell wieder an jemand anderen vergeben. Es gab immer Leute, die bei mir eine Sitzung wollten. Nun behandelte ich einen depressiven Jungen, 17 Jahre alt, hochintelligent, aber wohl ohne ausgeprägtes Freudegehen geboren. Die Sitzung ging etwas länger als sonst. Wir hatten sicher 30 Minuten überzogen, aber sowas muss manchmal eben sein. Ich hatte wirklich das Gefühl, bei ihm weitergekommen zu sein. Als ich ihn zu der unteren Tür der Praxis brachte, sah ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite Sophie. Sie stand dort und sah zu mir. Ich wusste für einen Moment nicht, was ich tun sollte, ging dann runter auf die Straße. Was ist los? Herr Rorschach, ich bin hierher gefahren. Ich habe das Gespräch mitbekommen zwischen ihm und meinem Vater. Oh, sagte ich. Können wir hinfahren? Bitte. Ich... Das geht nicht, sagte ich und schluckte. Ich glaube, dass es mir helfen würde. Aber ich kann nicht... Ich überlegte. Es war nicht richtig, aber es würde ihr wirklich helfen. Davon war ich überzeugt. Alles andere hatte sich auf Dauer nur als eine weitere Sackgasse herausgestellt. Wie kannst du überhaupt hier sein? Meine Eltern denken, ich wäre bei einer Freundin. Ich wog die Möglichkeiten ab. Es war nicht richtig, davon war ich überzeugt, aber ich musste einfach hinfahren. Es war meine Pflicht als Arzt. Ich schloss das Auto auf und ließ mir die Adresse von ihr diktieren. Weltenbruch Allee 23, Weidenbach. Ich tippte die Straße, den Ort und die Hausnummer auf dem schmierigen Display meines Navis ein und nach 30 Minuten waren wir an der besagten Stelle. Das Haus stand immer noch da, ausgebrannt wie eh und je und wirkte wie ein Fleck auf einer Karte. Etwas, was einem direkt ins Auge springt, aber sicher nicht auf eine gute Weise. Es war mittlerweile schon etwas spät und ich hielt direkt auf der Straße vor dem Haus, ging relativ schnell hinein. Die Tür hing lose im Rahmen. Wo war es? Fragte ich Sophie und schaute mich um. Wir hatten nicht viel Zeit. Oben, kommen Sie mit! Ich folgte ihr die Treppe nach oben ins Schlafzimmer der Eltern. Das Haus war mittlerweile ausgeräumt worden. Nichts zeugte mir von dem einstigen Leben, nur noch Ränder dort, wo mal etwas gestanden oder gehangen hatte. Wir gingen langsam zusammen in das Schlafzimmer und ich hoffte, dass es irgendetwas auslösen würde. Sie fing an zu weinen, zeigte zu der Stelle, wo offenbar die andere Person gestanden hatte und ich nahm sie in den Arm, sagte, dass alles gut wäre. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Warum? Ich schluckte. Auch ein paar Worte später hatte ich nicht den Eindruck, ihr geholfen zu haben. Im Gegenteil, ich hatte es schlimmer gemacht. Ich fuhr sie direkt zurück zu ihrer Familie, wollte keine Zeit mehr in diesem Haus verschwenden und ging mit ihr zur Tür, versuchte mich irgendwie zu erklären. Anzeigen sollte ich sie. Was fällt Ihnen ein, einfach so mit meiner Tochter irgendwo hinzufahren? Es tut mir leid, Herr Niedracht. Ich wollte nur... Mir scheißegal. Verpissen Sie sich, Gottverdammt. Ich ging und fuhr nach Hause. Ich hatte meine Grenzen deutlich überschritten, das hätte ich nicht tun dürfen. Doch irgendetwas ließ mich nicht drohen, irgendein Detail. Nicht mein Fehlverhalten, sondern etwas im Haus. In aller Frühe fuhr ich noch einmal dorthin und ging hinein, oben ins Schlafzimmer. Und dann sah ich, was mir unbewusst aufgefallen war. Im Schlafzimmer, wo Sophie hingesehen hatte, war auf dem Boden ein Abdruck. Da waren feine Linien. Irgendetwas musste dort gestanden haben. Stand die Person im Feuer auf einer Kommode oder so etwas? Bei Herrn Niedracht konnte ich nicht mehr anrufen, also musste ich nach einer anderen Möglichkeit suchen. Ich musste Frau Niedracht erwischen. Ich passte sie beim Einkaufen ab, hatte einige Tage lang ihren groben Tagesablauf studiert. Ganz zufällig sollte es wirken. Sie kaufte gerade Fertignudeln, die sie sicher als selbstgemacht ausgeben würde. Ähm, Frau Niedracht! Herr Rorschach? Guten Tag! Man merkte ihr an, dass ihr das Gespräch sichtlich unangenehm war. Wie geht es Ihnen? Glauben Sie wirklich, dass dieses Gespräch eine gute Idee ist? Jetzt? Ich konnte nicht mehr warten. Schreiben Sie mir die Einrichtung in dem Schlafzimmer Ihres alten Hauses. Was? Sind Sie? Sind Sie? Wieso wollen Sie das wissen? Ich wiederholte meine Bitte. Bitte gehen Sie. Sagen Sie es mir. Was stand dort? Sagte ich nun bestimmter. Ich werde die Polizei rufen, wenn Sie nicht verschwinden. Sagen Sie mir einfach, was in der Ecke rechts neben dem Fenster stand und ich werde verschwinden. Sie runzelte die Stirn, wog ein paar Sekunden ab. Ein Spiegelschrank. Nun verschwinden Sie endlich! Ich wendete mich ab. Mittlerweile beobachteten einige Leute schon die Szenerie. Mir war das egal. In mir gefror alles. Ich konnte keinen Gedanken mehr daran verschwinden. Ein Spiegelschrank. Sophie musste sich selbst gesehen haben. Sie hatte mich um drei Uhr nachts angerufen. Das war der Scheißteil an meinem Job. Sie riefen immer nachts an. Waren immer verzweifelt. Und ich musste immer sofort kommen. Und immer die Armutsviertel. Sie riefen uns an, nur weil sie dem Staat nicht vertrauten. Wir streuten regelmäßig Meldungen über die Zustände in den staatlichen Einrichtungen. Das war nicht unethisch. Die Zustände waren ja real. Ich zog mich an. Hemd, Hose, Gürtel. Seriös aussehen. Das war das Wichtigste. Man zog sich ja für sein Gegenüber an. Nicht für sich selbst. Das verstand nun niemand. Es war knapp eine Stunde von der Zentrale entfernt. Ich tätigte auf der Fahrt ein paar Anrufe, damit alles vorbereitet werden würde. Ein Arzt musste schließlich untersuchen, wie es dem Baby ging. Die Straßen rein und leer. Hat es für 20 Dollar mehr ohne Kondom gemacht oder es war einfach geplatzt. Es war ja auch egal. Viele dieser Babys waren schlecht zu vermitteln. Die dünnen Oberlippen bei den meisten Alkoholikerkindern waren ja noch vertretbar. Aber Hasenschatten fielen direkt auf. Und das Klientel war ja gebildet, ließ die Kinder selbst noch untersuchen. Herzfehler und andere Organschäden durch die Drogensucht. Niemand wollte ein Kind, das schon krank zur Welt kam. Wenn die Mutter nur kiffte, ging es. Aber für Gras ging niemand auf den Strich. Als ich mit dem Auto auf den Parkplatz fuhr, kam direkt eine der Damen zu mir und bot mir einen Blowjob an. Ich lehnte dankend ab, stieg aus, gab ihr 5 Dollar und fragte nach der Zimmernummer, die ich suchte. Sie sagte mir, wo sie war und ich nahm meinen Tragekorb von der Rückbank mit und lief in das offene Treppenhaus. Es roch noch Schweiß, Alkohol, Pisse und Crack. Ich hörte Leute ficken. Eine Kakophonie aus Stöhnen, Grunzen und dem Klatschen von Fleisch auf Fleisch, als ich die durchgetretenen Stufen nach oben stapfte. Abgeblätterte Tapete, Zigarettenstummel überall. Dritter Stock, hatte die Frau gesagt. Nummer 313. Ich klopfte an. Eine Frau öffnete. Sie hatte offenbar alleine entbunden vor einigen Stunden, war schwach auf dem Bein, das Baby auf dem Arm. Sie sprach nicht, sondern legte es einfach in den Korb. In ihren Augen lagen tausend Geschichten und keine interessierte mich. Ich gab ihr etwas Geld, dass sie etwas zu essen kaufen konnte. Nicht viel, für jeden Fick bekam sie wahrscheinlich mehr, aber genug für ein großes Fastfoodmenü. Brauchen Sie einen Arzt? Fragte ich, aber sie schüttelte den Kopf. Ich ging. Das Baby fing an zu schreien, weil es von seiner Mutter getrennt wurde. Aber es musste nicht schreien. Das hier würde kein Leben sein. Es war weiß und makellos. Wir hatten ein reiches Pärchen, das genau so ein Kind suchte und uns 20.000 Dollar dafür bot. Es würde als Teil der Oberschicht aufwachsen, hätte Chance auf Bildung, hätte alle Möglichkeiten. Die Alternative war, in diesem Drecksloch groß zu werden oder in einem staatlichen Kinderheim. Dann könnte ich das Baby auch direkt im Fluss ertränken, wie den Hamster meiner Tochter. Ich brachte das Kind nach unten. Die Leute kannten Menschen wie mich und sie wollten, dass das Kind nicht hier aufwuchs. Niemand beachtete mich wirklich, trotz der Schreierei. Ich packte das Baby auf den Rücksitz, machte den kleinen Racker fest und fuhr vorsichtig. Wie würde er wohl heißen? Linus? José? Miguel? Irgendwann beruhigte sich der Kleine. Wir kamen sicher bei der Zentrale an und ich übergab ihn dem leitenden Arzt, der alle Tests machte. Dann rief ich schon einmal bei meinen staatlichen Kontakten an, um Bescheid zu geben, dass sie später eine Geburtsurkunde durchwinken müssten. Schließlich legte ich mich auf die Couch, schlief etwas und wartete die Ergebnisse. Ich wurde wenige Stunden später unsanft geweckt. Es gab gute Neuigkeiten. Das Baby war kerngesund. Ich setzte mich an meinen Laptop und suchte die E-Mails heraus, die ich mit dem Paar ausgetauscht hatte, um die frohe Botschaft zu verkünden. Aber dann sah ich, dass ein gewisser Elias mehr geboten hatte. 50.000 Dollar! Das waren 30.000 Dollar mehr als das Paar. Ich kannte die Person nicht und rief eine der anderen Zweigstellen an. Man informierte mich, dass dieser Elias immer wieder neue Babys bestellte. Der Mann am Apparat sagte mir, dass nicht bekannt wäre, was er mit den Kindern tat. Aber ich wusste es. Es gab diese reichen Wichser, die Kinder vergewaltigten, aßen oder Schlimmeres. Aber am Ende des Tages hatte ich das letzte Wort. Eine Woche gut schlafen oder 30.000 mehr. Kurz überlegte ich. Dann traf ich die Entscheidung. Der gesichtslose Busfahrer starrt mich lange an. Glaube ich. Er ist mir zugewandt, aber mehr weiß ich auch nicht. Der Bus ist voll. Viele sind heute anscheinend gestorben. Die meisten scheinen sich gut zu verstehen. Viele ficken, andere unterhalten sich angeregt über Schachprobleme. Der Service, den dieses Unternehmen bietet, lockt viele an. Günstige Wege in die gute Jenseitswelt. Manche nennen es Paradies. Ich hab da keinen Namen für. Es gibt auch eine schlechte Jenseitswelt. Und natürlich nennen sie manche Hölle, aber es gibt noch über 300 andere Welten. Angeblich. Niemand kommt zurück. Nur diese gesichtslosen Reisebegleiter. Aber was die sind? Keine Ahnung. Ich setze mich auf den Boden, da sonst nirgendwo Platz ist. Ein wenig Zweifel überkommt mich. War das der richtige Weg? Die billige Busroute? Es gibt teure Flüge in die gute Jenseitswelt. Gedankliche Teleportationen, die ein Vermögen kosten und vieles mehr. Aber ich hatte Hunger und wollte viel essen und dadurch habe ich zwei Dinge verloren. Mein Geld und mein Leben. Jemand spielt Saxophon. Leute haben Geld für ein Saxophon, das nach dem Tod bestehen bleibt, aber nehmen trotzdem die Busroute? Ich habe nur eine Packung Gummibärchen, aber sie knistert rhythmisch zu dem Saxophon. Ganz automatisch. Vielleicht komme ich gar nicht an. Es gibt so viele verschiedene Versprechen, so viele Routen, so viele Möglichkeiten. Das Beste zum kleinsten Preis? Es scheint mir immer surrealer. Vielleicht hat er die große Burgerkette recht, die das Jenseitsleben als verarbeitete Bulette anpreist. Natürlich gibt es auch Skeptiker, die sagen, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Kein Wettbewerb zwischen den Totenreichen. Sozialisten, würde ich sagen. Aber mich fragt ja keiner. Jetzt ist es eh zu spät. Jetzt zählen anscheinend nur noch Sex und Schachprobleme auf dieser ewigen Busfahrt. Der Bus hält. Viel zu früh. Eigentlich wurde gesagt, dass es Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt dauert, um anzukommen. Aber das war keine Stunde. Die Leute wirken erstarrt. Selbst das Saxophon spielt nicht mehr und auch meine Gummibärchentüte macht nichts mehr. Ich stehe auf. Eine Müllhalde macht sich vor meinen Augen breit. Die skeptischen Atheisten hatten recht. Laute Rufe ertönen und die Leute strömen zum Busfahrer. Aber er schaut gesichtslos, wie er ist, ins Leere. Irgendwann packt jemand den Busfahrer und dieser drückt einen Knopf, sodass sich die Seite des Buses öffnet. Gleichzeitig stellt sich der Bus in Schieflage und alle Leute einschließlich mir purzeln heraus. Ich richte mich schwerfällig aus dem stinkenden Müll auf und sehe mich um. In der Ferne sehe ich ein Flugzeug, aus dem hunderte Leute fallen und grinse. Selbst wenn ich ein wenig Geld für diese Route ausgegeben habe, bin ich immer noch besser dran als alle, die ein Vermögen für die Flugroute ausgegeben haben. Von der Teleportationsroute ganz zu schweigen. Musik Komm, zeig's mir jetzt, sage ich. Seit Wochen habe ich zu meinen Kollegen ein angespanntes Verhältnis. Ich habe das Gefühl, dass sie immer mehr Distanz zu mir aufbauen. Vor nicht einmal fünf Minuten habe ich Donnie zur Rede gestellt. Er ist schon immer einer der Schwächeren gewesen. Donnie seufzt und dann holt er sein Smartphone hervor. Er geht auf Google, gibt ein paar Begriffe ein, die mich nicht interessieren. Dann steckt der Kopfhörer in das Smartphone, drückt auf einen der Links und gibt es mir. Ich bin etwas irritiert, als er weggeht, aber wende mich wieder dem Video zu. Und da bin ich. Da bin ich, wie ich meine Freundin von hinten nehme. Mein Herz schlägt schneller und ich fange an zu schwitzen. Ich gehe zu dem Mitarbeiterkloß und setze mich auf eine der Toiletten. Nachdem ich das Video durchgeskippt habe, gehe ich auf den Kanal und da sind hunderte dieser Videos. Alle aus der Anfangszeit unserer Beziehung. Denn jetzt läuft da gar nichts mehr. Alles nur wegen Geld. Sie hat mir immer erzählt, dass sie im Internet mit Aktien handelt und dadurch ein bisschen was dazu verdient. Aber Pornos, wo ich unfreiwillig mitmache? Scheiße. Das erste Video ist elf Monate her. Da sind wir vielleicht einmal eine Woche zusammen gewesen. Es ist noch ihre Wohnung, aber die neueren sind eindeutig in meiner. Ich schaue mir ältere Videos an und finde einen anderen Typen. Das letzte Video mit ihm hat vielleicht eine Woche Abstand zu dem ersten von mir. Als ich nach noch älteren Videos schaue, finde ich den nächsten. Kein Abstand. Fällt irgendetwas vor und sie sucht sich einfach den nächsten? Ich beiße mir auf die Lippe, bis etwas Blut hervorquillt. Das letzte Video, das auf dem Channel erschien, ist nun knapp zwei Monate her. Hat sie es aufgegeben? Hat sie es eingesehen? Ich massiere meine Nasenwurzel und stehe wieder auf, gehe zu Donnie, gebe ihm das Smartphone und bedanke mich knapp. Ich muss mit dir sprechen. Erinnerung zu rufen und dann fällt es mir ein. Zwei Stofftiere, die sie immer bei sich haben wollte. Diese standen schon damals bei ihr und sie hat sie mitgenommen. Damit muss sie uns gefilmt haben. Ich ziehe den Schlüssel zurück und setze mich auf die Stufe, fange an, meine Faust zu ballen und atme tief ein und aus. Ich gehe in die Garage und hole meine Axt. Die Stofftiere stehen seit zwei Monaten im Zimmer meiner vierjährigen Tochter. Ich will nicht mit ihnen reden. Ich setze mich und mustere ihn eingehend. Zwischen uns der leere Tisch. Er ist angekettet, hat nicht mehr als einen halben Meter Spielraum. Alles ist sicher. Warum wollen sie nicht mit mir reden? Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Wir haben versucht, ihn zu erreichen, aber es geht einfach nicht. Verstehen Sie? Ich habe Rechte. Und ich habe Hämorrhoiden. Wir alle haben Dinge. Besitz? Darum geht's ja auch. Unterlagen. Unterlagen, die sie gestohlen haben. Ich habe nichts hier, was ich ihnen geben könnte. Das wissen wir. Natürlich haben sie nichts dabei. Wenn sie etwas dabei gehabt hätten, hätten wir es längst. Wo haben sie die Unterlagen versteckt? Ich will nicht mit ihnen reden. Das hat keinen Zweck. Warum denken sie sowas? Wie kommen sie darauf? Sie sind nicht auf meiner Seite. Was denken sie denn? Ich stehe auf, gehe im Raum herum. Warum? Ist der Staat für sie so eine undurchdringliche Struktur, eine Maschine, die nur dazu erschaffen wurde, um sie zu vernichten? Kommen sie. Das ist doch lächerlich. Ich will meinen Anwalt sprechen. Okay. Morgen. Ich sorge persönlich dafür, dass das klappt, wenn sie mit mir reden. Deal? Er zieht. Er zieht die Augenbrauen hoch. Denkt nach. Es wird keine Stunde dauern. Er zögert einen Moment und nickt dann knapp. Gerade genug, um ein Einverständnis zu signalisieren. Gut, gut. Ich setze mich wieder. Kaffee? Tee? Wasser? Er schüttelt den Kopf. Meine Kollegen beobachten mich sicher durch das Spiegelglas. Ich soll mich beeilen. Gut, dann erzählen Sie mal. Wie heißen Sie? Wo kommen Sie her? John Doe. Witzig. Ich habe das schon einmal erzählt. Ich höre eine Störung in der Leitung zum Anwalt. Ganz laut. Hören Sie das auch? Er schließt für einen Moment die Augen. Dann öffnet er den Mund wieder. Simon Beck. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von... Spezifisch. Geboren und aufgewachsen in Rheinbach. Neckargemünd. Schöne Gegend. Ich mag das Kloster dort gerne. War dort einmal mit meiner Frau. Es gibt dort kein Kloster. Ja. Simon forscht in meinem Gesicht, als könnte er dort irgendetwas finden. Irgendein Hinweis, irgendein Pfeil, der die Richtung zeigt, in die es gehen wird. Er scheint nichts zu finden. Nachdem Sie die Realschule in Neckargemünd abgeschlossen haben, haben Sie eine Lehre angefangen. Als Metzger. Sind Sie ein grausamer Mensch, Herr Beck? Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Die Bezahlung war in Ordnung. Sind Sie ein grausamer Mensch? Nein. Warum dann der Beruf? Ich will meinen Anwalt sprechen. Ich atme tief ein und aus. Simon, Simon, Simon. Das ist nicht nett. Ich will meinen Anwalt sprechen. Okay. Sie wirken etwas paranoid. Wissen Sie das? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, was da läuft. Kommen Sie jetzt wieder mit der Alien-Geschichte? Okay. Was haben Sie gesehen? Ich habe alles bereits zu Protokoll gegeben. Warum eigentlich? Ich dachte, der Staat ist das Böse. Ich wusste nicht, inwieweit diese Wesen und der Staat unter einer Decke stecken. Ich habe es wirklich versucht, mit Leuten wie Ihnen zu reden. Immer und immer wieder. Und niemand hat mir zugehört. Da musste ich eben etwas tun. Ich habe die Dokumente ja nicht einmal richtig einordnen können. Aber wenn man mich so behandelt, dann ist mir schon klar... Wissen Sie, ich ertrage das nicht mehr lange. Start hier, Start da. Dieser ganze Unsinn. Was würde Sie denn überzeugen, dass wir keine bösen Alien-Verschwörer-Monster sind? Meinen Anwalt zu sehen. Das würde mich vielleicht überzeugen. Sie lassen nicht locker, oder? Nein. Ich kenne meine Rechte. Nun gut. Unter einer Bedingung sorge ich dafür, dass der Anwalt zu Ihnen kommt. Wir rufen ihn gleich an, wenn Sie meine Bedingung erfüllen. Er schaut mich gespannt an. Ja? Sie sagen nicht, dass wir Ihnen den Anwalt vorenthalten haben. In Ordnung? Dann würde ich mich wirklich für Sie einsetzen. Ich lächle ihn an. Falls nicht, dann kommen Sie nach dem Gespräch in Isolationshaft. Besondere Maßnahmen, weil Sie sich so fürchterlich aufregen. Er nickt. Der Deal scheint Ihnen nicht glücklich zu machen, aber das kann mir egal sein. Ich würde es gerne hören. Zur Bestätigung. Das ist wichtig für mich. Für das Prozedere. Ich werde nichts in diese Richtung sagen. Ich werde nicht sagen, was Sie belasten würde. Wunderbar. Ich stehe auf, trete zur Tür, verlasse den Raum, schließe die Tür und gehe zu meinen Kollegen. Und wie sieht's aus? Anwalt. Wie viel Zeit brauchst du noch? Der Anwalt wohnt laut den Unterlagen in der Nähe, oder? Selbes Viertel. Fünf oder zehn Minuten reichen bestimmt. Ich gehe zurück in den Raum und schließe sorgsam die Tür hinter mir. Wann ist er da? Wir haben angerufen und er kommt direkt. So lange würde ich gerne noch mit Ihnen reden. In Ordnung? Worüber denn noch? Einfach, wie das alles abgelaufen ist. Sie haben doch die Akten. Die Akten sind nicht Sie. Vielleicht ein kleiner Teil von Ihnen, aber ich will es gerne von Ihnen hören. Kommen Sie. Meine Kollegen wollten das mit dem Anwalt noch rauszögern. Ich musste jetzt ein bisschen... Sie wissen schon. In Ordnung? Ich bin kein Teil des bösen Verschwörerstaats. Wirklich nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der wissen will, was los ist. Okay. Mein Anwalt kommt sicher? Er ist benachrichtigt und wird sicher jeden Moment hier sein. Von mir aus. Also, das war vor fünf Monaten. Es hat nicht mit einem Leuchten oder so angefangen, sondern mit einem Geräusch. Ein einzelner Ton. Die ganze Zeit. Erst habe ich versucht, ihn zu ignorieren, aber es hat nicht aufgehört. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Hat ihn noch jemand gehört? Meine Freundin, aber sie hat ihn irgendwie anders beschrieben. Ich sagte tief und sie irgendwie kratzend, unförmig, hoch. Wir haben ja keine Wörter dafür irgendwie. Aber sie ist dann auch ziemlich schnell weggezogen, zurück zu ihren Eltern. Warum? Das Geräusch. Es war die ganze Zeit da. Und ich wollte dem nachgehen, aber sie wollte einfach bloß weg. Haben Sie sie gehen lassen? Ja. Nichts mehr von ihr gehört. Seit fast fünf Monaten. Ich habe versucht anzurufen, aber egal. Ich nicke. Erzählen Sie weiter. Mich interessiert besonders, wie sie dann darauf kam, dass die Regierung davon weiß. Wissen Sie was? Mir kann's ja egal sein. Ich hab ja schon alles gesagt. Ich hab erst mit der Polizei gesprochen und natürlich kam da gar nichts. Sie haben sich meine Sachen gar nicht erst angesehen. Ich hatte ja Fotos und so weiter. Auch Filme. Alles Mögliche. Sie hatten sie eingesammelt und wollten sie irgendwann ansehen. Haben sie zumindest gesagt. Wo sind die Filme? Die Fotos? Ein paar Abzüge haben ihre Leute. Das wissen sie doch. Den Rest verwahre ich an einem sicheren Ort. Wo ist dieser Ort? Er schaut mich nur schief an. Das war keine einfache Zeit. Niemand glaubt einem. Die Freundin ist weg. Und dieses Geräusch. Die ganze Zeit Kopfweh von diesen Geräuschen. Und irgendwann... Irgendwann waren diese Dinger ja auch in der Wohnung. Woher wissen Sie das? Ich hab Aufnahmen. Ich hab das gefilmt mit ein paar Kameras. Ich hab mich nicht mehr sicher gefühlt und ein kleines System zusammengebaut. Aber auch hier sieht jeder etwas anderes. Ich hab keine Ahnung, was das ist und... Ich glaube, die Regierung will da irgendetwas vertuschen. Da bin ich mir sicher. Meine Freunde haben das zwar auch gesehen, aber haben sich dann ferngehalten. Vielleicht war es zu krass. Keine Ahnung. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Wir wollen nichts vertuschen. Wenn Sie uns richtige Beweise liefern, dann können wir auch alles... Dann können Sie auf Scheiße zu reden. Ich atme tief ein und aus und lecke mir über die Lippen. Wir sind nicht die Dorfpolizei, an die Sie sich... Ich will nicht darüber reden. Ich hab da kein Vertrauen. Auch allgemein, wie Sie mich behandeln. Ich sehe ihn ein paar Sekunden lang an, warte darauf, dass er noch irgendetwas sagt. Wie ging es weiter? Ich hab mit dem Bürgermeister gesprochen. Und es hat genauso viel gebracht wie bei der Polizei, aber es gab da diesen einen Moment. Er hat gezögert, wissen Sie? Und irgendwie... Ich kann das nicht beschreiben. Jedenfalls hab ich über einen Kontakt ein paar Polizeiakten und kleinere Meldungen in der Zeitung gesucht. Es gab wohl häufiger Meldungen in der Gegend. Alle fallen gelassen. Die Leute, die das gemeldet haben, sind alle weggezogen. Manche sind auch gestorben. Und da bin ich im Rathaus eingebrochen und hab eine Akte gefunden. Ganz hinten in den Schränken. Nicht mal besonders gekennzeichnet. Irgendwie auf unscheinbar gemacht. Was stand in der Akte? Ich weiß es nicht genau. Ich hab bloß die ersten Seiten gelesen. Es ging um gewisse Meldungen, die ignoriert werden sollen und andere Verhaltensweisen in gewissen Fällen. Aber ich bin nicht wirklich dazu gekommen, das komplett zu lesen. Ich hatte ja nicht mehr viel Zeit. Wie viel haben Sie gelesen? Die ersten paar Seiten vielleicht. Kurz darauf, nachdem ich die Akten verstaut habe, bin ich dann hier gelandet. Und ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll. Sie sind eingebrochen. Ja, aber das ist nicht fair. Was haben Sie alles gesehen? Diese Dinger. Ein bisschen zumindest. Irgendwie scheint die Kamera sie nicht richtig aufzunehmen. Sie sind in meiner Wohnung umhergeirrt und dann standen sie einfach rum und haben irgendwo hingestarrt. Eines saß bei mir im Schlafzimmer, glaube ich, während ich geschlafen habe. Eines ist die ganze Zeit ums Haus gelaufen. Immer und immer und immer wieder. Keine Ahnung, was das... Er hält inne. Hinter mir höre ich Schritte. Die Tür geht auf. Mein Kollege. Der Anwalt ist da. Ich wende mich noch einmal kurz zu Simon Beck. Bis später. Ich mustere ihn eingehend und gehe dann hinaus. Kann uns hier wirklich niemand hören? Nein, die dürfen nicht zuhören oder abhören oder was auch immer. Ich habe das zur Sicherheit auch nochmal kontrolliert, aber die müssen sich so oder so dran halten. Es ist nicht einfach, Beamte aus ihrem Job zu befördern, aber das ist eine Möglichkeit. Die halten sich dran. Die wissen, dass ich den sonst richtig einheize. Sind Sie sich sicher? Ja, absolut. Hier wird nichts passieren. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Sie hatten erzählt, dass Sie schon ein paar dieser Fälle bearbeitet haben. Dass es mehr Leute gibt. Ja, das stimmt. Ein gutes Dutzend kam zu mir und seitdem habe ich alles mögliche zusammengetragen. Es war wirklich nicht leicht, aber wir stehen hier kurz vor einem Durchbruch. Was glauben Sie? Was geht hier vor? Aliens. Ich glaube, dass wir eine Art Unterwanderung durchlaufen. Seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Ich glaube, dass Aliens unter uns sind. Dass sie sich verstecken und dass das vertuscht wird. Dass uns etwas vorenthalten wird. Warum glauben Sie, sind diese Dinger hier? Das weiß ich nicht. Vielleicht um uns zu erforschen. Vielleicht gibt es auch gar keinen Grund. Das konnte ich bisher nicht herausfinden. Es wirkt alles so zufällig. Wie lange sind Sie schon an der Sache dran? Vier, fünf Jahre? Irgendwie so. Am Anfang war es natürlich nicht so ernst, aber mittlerweile bestimmt das mein ganzes Leben. Damals, als der erste Mandant kam, hatte ich das für Unsinn gehalten. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich erst gemerkt, wie groß die Sache ist. Warum haben Sie keine Probleme bekommen? Ich habe Kontakte. In Deutschland macht man einen Anwalt nicht so schnell mundtot. Da muss schon einiges passieren. Dann, zumindest bisher. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass niemand mehr sicher ist. Ich hätte einfach abhauen sollen. Wie meine Freundin. Ich hätte da niemals reingeraten dürfen. Warum sind Sie nicht weggezogen? Ich konnte nicht. Meine Mutter hat bloß eine Einzimmerwohnung und mein Vater ist seit zwei Jahren tot. Und Geld für einen Umzug habe ich nicht. Ich kam mit der Arbeit ja so oder so kaum über die Runden. Meine Freundin hat mich damals einfach vor die Wahl gestellt, ob ich mitkomme und das Ganze vergesse. Aber ich konnte einfach nicht. Das wäre vielleicht besser gewesen. Auch wenn ich das nicht gern ausspreche, ich will reinen Tisch machen. Das mit der Bezahlung für Sie kann vielleicht ein bisschen dauern. Ich werde... Machen Sie sich darum bitte keinen Kopf. Mir ist das ein Anliegen. Ich weiß ja, dass es immer wieder diese Fälle gibt. Das ist keine Anomalie mehr. Das kommt ja überall vor. Und ich weiß nicht einmal, wie viele das ignorieren, wie viele nicht zur Polizei gehen. Und natürlich bekomme ich nur die Fälle mit, über die berichtet wird. Oder wenn jemand direkt zu mir kommt. Es war richtig, von Ihnen zu mir zu kommen. Und ich werde Sie kostenlos vertreten, Herr Beck. Danke. Wirklich, danke. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Wenn ich... Wenn ich ins Gefängnis komme... Wie viel Zeit muss ich dann absetzen? Drei bis vier Jahre. Aber das wird nicht passieren. Sie sind ja quasi wie ein Whistleblower. Wenn das alles endlich offen liegt, wird die Regierung gar nicht anders können, als sie sogar zu ehren. Ich bin mir absolut sicher. Das scheint mir... Glauben Sie mir. Wenn das alles bekannt wird und die Bevölkerung davon weiß, dann wird sich einiges ändern. Machen Sie sich um eine Gefängnisstrafe, keine Sorgen. Das wird nicht passieren. Ich werde mein Bestes tun. Wissen Sie was? Ich darf das eigentlich nicht, weil es immer noch ein Restrisiko gibt. Aber ich verspreche Ihnen, Sie kommen nicht ins Gefängnis. Sie sind der Schlüssel. Ich weiß nicht. Vertrauen Sie mir. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe mit ein paar Kontakten geredet. Bei der Polizei. Die stellen bei Ihnen alles auf den Kopf. Ich versuche das gerade stoppen zu lassen, aber wenn die bis dahin was finden, kann ich nichts tun. Ich darf das eigentlich nicht, aber ich will die Sachen, diese Unterlagen, um die es geht, verschwinden lassen. Das muss natürlich unter uns bleiben. Wenn ich mich wirklich auf diese Weise einmische, kann ich meine Zulassung verlieren. Verstehen Sie? Die Sachen sind sicher verstaut. Machen Sie sich da keine Sorgen. Ich habe wirklich aufgepasst, dass da nichts passiert. Die Unterlagen würden mir bei der Forschung des Ganzen sicherlich auch sehr helfen. Vielleicht kann ich über das, was Sie gefunden haben, etwas herausfinden, was ich an die Öffentlichkeit bringen kann und dann jetzt schon alles ins richtige Licht rücken. Verstehen Sie? Das könnte der entscheidende Schritt sein. Der Punkt, der alles auffliegen lässt. Wie kann ich mir sicher sein, dass... Ich tue mein Bestes. Natürlich kann ich Ihnen keine hundertprozentige Garantie geben, aber das wird unsere Chancen verbessern. So oder so. Ich habe Kontakte zur Presse und das Einzige, was ich noch brauche, sind Bildmaterial, Filmchen und Unterlagen, die klar machen, was Sache ist, was im Gange ist. Es werden natürlich auch Interviews und alles kommen. Das wird noch richtig groß. Okay. Ich sag's Ihnen. Aber ich möchte etwas dafür. Ein Versprechen. Natürlich. Sie veröffentlichen nur so, wie ich das möchte. Ich will damit einbezogen werden. Ich will, dass das richtig bekannt wird. So wie es wirklich ist. Ich will, dass die Leute wissen, dass diese... Diese Dinger unter uns sind. Wahrscheinlich seit Jahren. Dass wir verarscht werden. Ich werde mit Ihnen alles absprechen. Da können Sie sicher sein. Ich verspreche es Ihnen. Also. Ich hab die ganzen Sachen unter ein Auto in der Nachbarschaft gesteckt, das nie benutzt wird. Einfach da in einen Hohlraum geschoben. Wie so ein Drogendealer. Wie sieht das Auto aus? Es ist das Auto vom alten Webermann. Lila. Er hat immer erzählt, dass er das billiger bekommen hat, weil's so hässlich ist. Witzig. Witzig. Danke. Was? Ich lege den Kopf schief. Danke. Was... Was passiert hier? Er will aufstehen, aber die Kette hält ihn zurück. Was soll hier passieren? Ihre... Ihre Stimme! Ich klinge wie der Polizist? Natürlich. Ich stehe auf und sehe, wie seine Welt noch weiter erschüttert wird. Was sind Sie? Keine Ahnung. Nennen Sie mich, wie Sie wollen. Ich sehe in seinen Augen, dass er sich nie wieder erholen wird. Ich spüre, wie sein Herzschlag sich verdoppelt, als ich an meinen Kopf greife und zumindest eines der Menschenkostüme abziehe. Die dünne Schicht streife ich langsam von der nächsten Schicht und werfe sie anschließend in die Ecke. Ich strecke mich. Jede Schicht ist so unendlich einengt. In ihm ist etwas zerbrochen. Er stört mich nur an. Er kann nicht mehr. In ihm ist der letzte Rest Hoffnung zerstört. Wissen Sie, Sie wollten doch frei sein. Und genau das wird jetzt passieren. Sie kommen frei. Na, ist das nicht toll? Ich drehe mich um. Kommt rein! Meine beiden Kollegen kommen rein. Hat er den Standort verraten? Ein lila Wagen von einem Nachbarn. Wie war nochmal sein Name? Ich schaue zu Simon. Er antwortet nicht. Webermann. Herr Webermann. Unter dem Wagen. Holt er das ab. Bis später dann. Die beiden Kollegen verlassen den Raum wieder und ich widme mich wieder Simon. Hätten Sie nicht gedacht, oder? Vor allem, dass Sie jetzt freikommen. Ich hab mein Wort gehalten. Also zumindest Teile. Das muss doch reichen. Ich gehe zu ihm, klopfe ihm auf die Schulter und dann mache ich seine Fesseln los. Stehen Sie auf! Los! Er bewegt sich nicht. Ich packe ihn und reiße ihn aus dem Stuhl. Ich drücke auf die Klingel. Seit er vor zwei Jahren bei dem Verhör war, ist er nicht umgezogen, obwohl ich es erwartet hätte. Soweit ich weiß, arbeitet er nicht, hält sich irgendwie über Wasser. Ich weiß nicht, ob er aufmachen wird, aber notfalls werde ich mir einfach Zutritt verschaffen. Doch dann höre ich Schritte. Er öffnet die Tür und starrt mich einige Augenblicke lang perplex an. Was wollen Sie noch? Er sieht zerstört aus. Ich habe ein Bild von ihm von vor sechs Monaten gesehen und der Verfall war offensichtlich. Aber das, was mir jetzt geboten wird, ist kein Vergleich. Eine menschliche Ruine. Wann waren Sie das letzte Mal draußen? Verschwinden Sie. Bitte. Ich gehe an ihm vorbei in die Wohnung. Er hält mich nicht auf und folgt mir. Keine Ausdrucke, keine Zeitungsausschnitte, nicht das elendige Klischee. Aber alles ist ruinös. In den Ecken Schimmel. Alles ist so dreckig. Wie geht's Ihnen? Er lacht kurz. Verzweifelt. Ja, mir geht's auch gut. Ich hab mitbekommen, Sie haben tatsächlich noch drei, vier Medienleute angeschrieben. Hat ja nicht so gut geklappt. Warum sind Sie hier? Was wollen Sie von mir? Noch mehr zerstören? Ich will gar nichts. Was ich will, spielt keine Rolle. Aber ich habe eben gewisse Aufgaben zu erfüllen. Wir haben auch Hierarchien. Verstehen Sie? Und mir tut das wirklich... Ähm... Mir tut es nicht leid. Ich kann ehrlich sein. Es ist einfach nur nervig. Mir ist es egal. Sie sind mir egal. Aber ich hab das nicht zu entscheiden. Bitte gehen Sie. Ich kann nicht. Ich muss Sie töten. Man muss... Zumindest sagte man mir das. Wir müssen ein Exempel statuieren. Wie bei allen. Wir sind eigentlich nicht böse, aber... Die Leute dürfen nicht suchen. Noch nicht. Das ist ja auch irgendwie ein Eingriff in unsere Privatsphäre. Wie auch immer. Ich ziehe ihm eine Krawatte aus und halte sie ihm hin. Er schaut mich verwirrt an. Was soll ich damit? Erhängen. Was? Ich hab doch aufgehört. Warum? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich hab alles verloren. Alles. Erhängen müssen Sie sich. Jetzt. Nein. Okay. Jetzt ist er restlos irritiert. Ich schaue ihn lange an. Also. Sie können immer noch wählen. Du. Simon. Du darfst wählen. Entweder ich kümmere mich darum und erledige das einfach. Versuch nicht zu fliehen. Wir finden dich. Oder du nimmst dir jetzt die Zeit, hast einen Moment für dich und erhängst dich. Das ist doch für alle das Beste. Das können sie nicht machen. Ich hör auf. Ich werd nicht mehr daran denken. Ich werd... Ich werd... Ich lege die Krawatte auf den Tisch. Such's dir aus. Ich komm in einer Viertelstunde wieder. Die Halterung der Lampe wird stabil genug sein. Ich zeige nach oben. Fassungslos starrt er mich an. Mach's gut, Simon. Ich verlasse den Raum, verlasse die Wohnung und stelle mich vor die Tür. Es ist eine waldige Gegend. Ein sanfter Luftzug weht durch die Blätterdächer. Ich schaue der Sonne entgegen, spüre die Wärme unter den ganzen Schichten. Es ist friedlich. Ich schließe die Augen und höre, wie er sich auf den Stuhl stellt. Er hält inne. Ein Moment. Noch ein. Das Unvermeidliche hinauszögern. Dann schiebt er seinen Stuhl weg. Ich höre das Würgen. Es ist warm unter den Schichten. Friedlich. Er zappelt und wirkt und stirbt. Wirklich angenehm heute. Er ist tot. Alles ist wieder in Ordnung. Dann mache ich mich auf zum Nächsten. Heute ist noch viel zu tun. Sch Mode перestغ tremel. Alles ist wieder in Ordnung. Dies ist ein Tier. Tom ist nicht zufrieden mit seinem Leben. Viel zu oft stellen sich ihm Probleme in den Weg, viel zu oft passieren Dinge, die er nicht kontrollieren kann, die ihn fertig machen. Das Leben ist nicht fair und ganz besonders unfair ist es zu Tom. Und das Schlimmste ist, er weiß nicht warum. Warum er? Warum, warum, warum? Es gibt einen Dienst in der Stadt. Eine Agentur, die Probleme beseitigt. Nicht nur finanziell wie ein Schuldenberater oder charakterlich wie ein Persönlichkeitscoach, sondern umfassend. Glitzernde Slogans laden ein und auch Freunde, nun ja eigentlich Bekannte, berichten nur das Beste. Doch der Dienst ist teuer, so teuer, dass jeder Fall einzeln verhandelt wird. Aber es muss sein. Tom betritt ein leuchtendes Gebäude. Schnell wird er weitergeleitet und sieht sich einer Dreiergruppe von Männern entgegen. Schauen wir uns das mal an, sagt der eine. Wir machen das schon, meint der ganz rechts und der dritte, der mittlere, schweigt und starrt. Tom erklärt, was seine Probleme sind. Tom erklärt und erklärt und erklärt. Hm, da ging schon eine Menge schief, sagte einer. Nun, das ist wohl ein besonderer Fall, meint er ganz rechts. Nach Stunden wird ein Scheck unterschrieben und Tom wird herausgeschickt. Die Herren beraten sich. Tom sitzt in einem angenehmen Warteraum und ein Klavier schält sich aus den Lautsprechern. Die Zeit fließt ins Leere und Tom ist zufrieden. Er fühlt sich in guten Händen. Irgendwann holt der linke Mann Tom wieder herein und sie erklären ihm, dass sie das Problem gefunden haben. Tom lächelt, weil er jetzt Gewissheit hat. Tom lächelt noch, als die Herren links und rechts den Raum verlassen haben. Tom lächelt auch, als der mittlere Mann eine Spritze zückt und ihn in den Arm jagt. Tom lächelt. Danke. Tom stirbt. Entschuldigen Sie meine 5 Minuten Verspätung. sagte der Arzt. Es waren sechs Minuten und drei Sekunden, aber ich sagte nichts. Also, wo drückt denn der Schuh? Ich habe zu viel Zeit. Er legte seine Stirn in Falten. Sie kommen hierher, um Ihre Zeit zu verbringen? Sind Sie nicht etwas jung dafür? Nein, ich kann Zeit genau bestimmen, quasi eine Uhr im Kopf, aber sie funktioniert nicht mehr richtig. Ich erzählte ihm, dass ich, seit ich klein war, immer genau wusste, wie viel Zeit an einem Tag vergangen war, ganz ohne Uhr. Und jetzt? 35 Sekunden zu viel gestern, am Tag davor 17 Sekunden zu viel. Ich hatte es erst gestern bemerkt, nachdem ich meinen Sohn zu meiner Ex-Frau gebracht hatte. Wie lange es genau ging, wusste ich nicht. Irgendwann am Wochenende musste sich etwas geändert haben. War es eine Art Erkältung, die noch nicht ausgebrochen war? Ich hatte ja die ganze Zeit mit ihm zu Hause verbracht, und Kinder hatten häufig Krankheiten. Aber bisher hatte eine Krankheit nie Einfluss auf diese Fähigkeit gehabt. Nach einiger Ratlosigkeit schickte mich der Arzt weg, aber empfahl mir davor, eine Uhr zu kaufen. Uhr im Kopf. Kein bekanntes Phänomen. Eine Uhr also. Ich hatte nie eine Uhr gebraucht, aber ich würde mir eine holen. Ich war kein Uhrmacher, auch wenn das nahe lag, sondern investierte in diverse Unternehmen. Nicht, dass ich es nicht probiert hätte. Du kannst deine Uhr extrem genau stimmen, aber eine minimale Kulanz muss man in Kauf nehmen. Nicht die körperlichen Fähigkeiten zu besitzen, es ganz genau zu machen, machte mich rasend. Der Uhrladen war eine Katastrophe. Als ich eine Uhr entdeckte, die ganze drei Sekunden nachging, wollte ich schon gehen, aber ich wurde angesprochen. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche eine Uhr. Er grinste. Das hörte er wohl öfter. Sie muss zu 100% genau sein. Eine Funkuhr. Ist in Ordnung, aber ohne Kulanz. Die Kulanz beträgt im Schnitt einige Millisekunden. Das ist, denke ich, doch verschmerzbar. Ich schüttelte den Kopf. Seine Gedanken schienen mir plötzlich offen zu liegen. Nach längerem Hin und Her empfahl er mir eine Uhr, die als extrem genau galt, und die Millisekunden, die sie daneben lag, waren nicht einmal zweistellig. Schließlich kaufte ich sie und ging nach Hause. Meine karge Zwei-Zimmer-Wohnung. Mehr war nach den Alimenten nicht drin gewesen. Als ich ins Wohnzimmer trat, stolperte ich über ein Spielzeugauto meines Sohnes. Ich hatte wohl vergessen, es wegzuräumen. Ich legte es auf den Esstisch und setzte mich auf die Couch. Ich starrte auf die Funkuhr, sah, wie sich in gleichen Abständen die Zahlen änderten. Acht Sekunden zu wenig. Es machte mich verrückt. Ich verließ das Haus, um den Kopf frei zu bekommen, und warf die Uhr in den nächsten Mülleimer. Es half ein wenig, an der frischen Luft zu sein. Ich überlegte, was ich tun könnte. Abstellen konnte ich es ja nicht. Es irritierte mich nur dauerhaft. Ich ging in das nächstgelegene Internetcafé. Die Anzeige der Atomuhr hatte ich noch nicht betrachtet. Ich suchte kurz noch eine Website und wurde schnell fündig. 17,326 Sekunden zu viel in meinem Kopf. Das konnte doch nicht wahr sein. Ich stand auf und ging zu dem gelangweilt aussehenden jungen Mann, der die Kasse verwaltete. Computer 4. Das macht dann 2 Euro. Ich war keine 5 Minuten dran. 2 Euro ist der Preis pro angefangene Stunde, sagte der Mann. Ich wollte nicht diskutieren und gab ihm das Geld. Ich ging nach Hause und blich immer wieder Uhren mit meiner Kopfzeit ab. Bisher passierte nichts. Keine weitere Extrasekunde. Doch gegen 23 Uhr begann es. Zwei Sekunden extra. Die Zeit auf der Uhr lief langsamer. Am Ende des Tages waren es fast 20 Sekunden. Am nächsten Tag beobachtete ich erst wieder die Zeit, aber ich bemerkte, dass es mich auffraß. Ich beschäftigte mich nur noch damit. Ich entschied mich, etwas Zeit in einer Kneipe zu verbringen. Wenn ich schon nichts anderes tat, als auf die Uhr zu sehen, konnte ich wenigstens unter Leuten sein und etwas trinken. In meiner Stammkneipe Weißkopf war um diese Zeit nicht viel los. Ich bestellte ein Bier und der Wirt schenkte mir ein. Um 15 Uhr 20 und 56 Sekunden war es zum ersten Mal wieder soweit. Eine Sekunde. Doch ich bemerkte es nicht, weil ich auf die Uhr gesehen hatte, sondern weil für einen Moment die Welt um mich herum einzufrieren schien. Für einen Moment stockte die Bewegung des Wirts. Mehr hatte ich in der Zeit nicht wahrgenommen und ein Blick auf eine Uhr bestätigte mir, dass mein Zeitgefühl nicht mehr mit der Welt übereinstimmte, auch wenn ich die letzten Tage herausrechnete. Ich verließ die Kneipe und wartete draußen auf einer Metallbank. Es dauerte lange, aber um 17.28 Uhr, um zwei Sekunden, frau die Welt wieder ein. Alle Menschen in der Fußgängerzone blieben für einen Moment stehen und ich starrte sie an. Eingefrorene Gesichter. Leute am Telefon, Leute, die Kaffee tranken, Leute, die bei einem Stand etwas kauften. Wie schockgefrostet. Der Moment war viel zu schnell vorüber, aber die Ahnung, die ich in der Kneipe hatte, wurde für mich nun zur Wahrheit. Was war der Grund dafür? Ich wollte die Umgebung weiter beobachten, wollte mehr wissen. Der nächste Zeitstopp fand nicht viel später statt. Um 17.33 Uhr und 49 Sekunden frau die Welt wieder ein. Alle Menschen froren ein, bis auf ein Einzelner. Ein älterer Mann im Anzug war nicht eingefroren. Er bewegte sich einfach weiter. Ich fixierte ihn und als ich die Welt nach zwei Sekunden wieder in Bewegung setzte, stand ich auf und folgte ihm. Ich entschied mich schnell. Ich griff ihn an der Schulter und er drehte sich um. Was wissen Sie darüber? Sein Gesicht setzte keine Mimik auf, die ich erwartet hatte. Verwirrung, Erleichterung oder Erstaunen, sondern Wut. Er packte mich an meinem T-Shirt und presste mich gegen das nächste Schaufenster. Kriech zurück in dein Loch, zischte er. Dann ließ er mich los und ging weiter. Ich rappelte mich auf. Niemand schien sich wirklich für den Vorfall zu interessieren. Einige sahen verstohlen zu mir, aber sonst passierte nichts. Der Mann im Anzug verschwand in der Menge. Ich ließ von ihm ab. Wenn ich ihn weiter verfolgen würde, würde er sicher noch um einiges wütender werden. Doch eine Erkenntnis hatte ich. Es gab weitere wie mich. Ich setzte mich wieder auf eine Bank mit einem Kaffee, der mich wärmte, und wartete weiter ab. Gegen 19.32 Uhr und 42 Sekunden stoppte die Zeit wieder, und ich ließ meinen Blick schweifen, suchte nach einer Bewegung. Eine Frau, knapp 30, konnte ich ausmachen. Ich sprach sie nicht direkt an, wollte sie nicht verschrecken, sondern folgte ihr verdeckt. Sie ging durch die Hauptstraße über die Brücke zu der U-Bahn-Station. Sie stieg die Treppen nach unten und in die Bahn Richtung Weidenbach, und ich ging hinterher. Ich setzte mich so, dass ich genug Abstand hielt, sie aber beobachten konnte. Sie wirkte ganz normal, tippte auf einem alten Smartphone herum, kramte ab und an in ihrer Tasche. Nichts, was sie in irgendeiner Weise unterscheiden würde. Wieder ein starrer Moment. 19.50 Uhr und zwölf Sekunden. In meinem Inneren liefen die Sekunden weiter. Eine, zwei, dann alles wieder in Bewegung. Sie tat auch in dieser Zeit oder Nicht-Zeit nichts Besonderes, sondern hatte einfach mit ihrem Smartphone weitergemacht. Ich entschied mich schließlich dafür, mich zu ihr zu setzen, als wir in eine weitere Station passierten. Sie können sich auch in der Zeit bewegen, sagte ich irgendwann. Sie runzelte die Stirn. Klar, hast du wen gefunden? Sie sagte das auf eine so selbstverständliche Art, dass ich vollkommen verwirrt war. Sie bemerkte meinen Blick. Warten Sie, Sie sind einer von denen, die wir suchen. Ich dachte nicht… Suchen? Wofür suchen? Um sie wegzubringen, natürlich. Sie lächelte und griff nach meiner Hand. Entgeistert versuchte ich, meine Hand aus ihrer zu lösen, aber ihr Griff war fest. Schließlich riss ich mich los, stand auf und lief von ihr weg. Bleib hier! rief sie, stand auf und lief mir hinterher. Die verrückte Fotze sollte mir nicht zu nahe kommen und ich hoffte einfach nur, dass die Bahn bald halten würde. Ich war fast am Ende des Wagens angelangt, als die U-Bahn endlich hielt. Die Frau folgte mir nicht mehr, sondern stand mit einigem Abstand zu mir und starrte mich an. Die mechanischen Türen öffneten sich und ich wollte mich durch die Menschenmasse quetschen, die draußen wartete, doch plötzlich wurde ich festgehalten. Mehrere Männer und Frauen griffen nach meinem Arm, hielten mich fest. Erst dachte ich, dass jemand mich gestreift hätte, aber die Leute griffen nach mir und starrten mich allesamt direkt an. Doch ich schaffte es, mich loszureißen, rief laut nach Hilfe und rannte atemlos weiter. Niemand kam mir zur Hilfe. Ich hastete die Stufen der U-Bahn-Station hoch, spürte die Verfolger in meinem Nacken. Den letzten Meter zog ich mich am Geländer hoch, sprang über die letzte Stufe und rannte über die Straße, ohne auf die Ampel zu warten. Ich kam heil über die Straße und verschwand in einer Seitengasse. Es fühlte sich an, als würde meine Lunge zerreißen, aber ich hatte nicht auf, ehe ich mir sicher war, dass sie verschwunden waren. Ich lehnte mich an eine kalte Steinmauer im Schatten und atmete erst einmal tief durch, wartete darauf, dass ich meinen Herzschlag beruhigte. Dass ich über die Straße heil gekommen war, machte mir plötzlich Angst. Die Straße war doch stark befahren. War die Zeit stillgestanden? Ich blickte zur nächsten Uhr, die ich ausmachen konnte. Zwei Minuten. Verdammt noch einmal zwei Minuten. Aber so viele hatten sich bewegt. Waren sie alle Teil von dieser Gruppe? Es dauerte lange, bis ich mich beruhigt hatte und mich vorsichtig wieder aus meinem Versteck heraustraute. Niemand war zu sehen. Ich nahm den nächsten Bus nach Hause. Als ich in meine Zwei-Zimmer-Wohnung zurückkehrte und meine Sachen aus meinen Taschen auf die Kommode legen wollte, fiel mir auf, dass meine Geldbörse fehlte. Auch das noch. Ich ließ von der Kommode ab und ging in mein Strafzimmer. Vielleicht lag sie irgendwo dort. Erst bemerkte ich es nur im Augenwinkel, doch dann sah ich genauer hin. Durch das Fenster sah ich, wie mich ein Mann anstarrte. Langsam schritt ich zurück und sah, wie der Mann nun auf die Eingangstür zuging. Ich musste verschwinden, bevor er die Tür erreichte. Einfach weg aus der Wohnung. Aus der Haustür heraus, der Mann keine zwanzig Meter entfernt. Ich konnte den Mann gerade so entwischen, wechselte immer wieder die Straße und Straßenseite. Ich atmete einen Marathon, bevor ich gestützt und eine schlecht verputzte Wand verschnaufte und überlegte. Ich hatte kein Geld, keine besonders guten Freunde. Was blieb dann noch? Ich entschied mich, zur Polizei zu gehen, auch wenn ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Die Station war nicht weit entfernt. Nach einer knappen Minute kam sie in Sicht weiter. Ich ging hinein und sprach mit einem jungen Beamten und versuchte, meine Lage zu erklären. Ich erzählte nur, dass ich verfolgt wurde. Kommen Sie mit, wir klären das am besten in einem Nebenzimmer, meinte der Beamte und ich folgte ihm. Wir schlängelten uns an Männern und Frauen vorbei und als der Beamte gerade durch eine Tür in einen anderen Raum schritt, stand die Zeit wieder still. Ich sah, dass der Beamte vor mir erstarrte. Aber ein anderer bewegte sich, wie ich im Augenwinkel sehen konnte. Zu hundert Prozent war ich mir nicht sicher, wollte mich aber nicht verraten, indem ich mich selbst bewegte. Ich spürte, dass jemand näher kam, sah, wie die Person an mir vorbeilief. Nicht atmen, keine Regung. Dann setzte sich die Welt wieder in Bewegung. Ich verabschiedete mich eilig von den Beamten und verließ das Präsidium wieder. Den Rest der Nacht verbrachte ich damit, durch die Stadt zu laufen und ab und an stehen zu bleiben. Sonst nichts. Laufen. Stehen bleiben. Es wurde häufiger und länger. Als der nächste Tag anbrach, spürte ich, wie müde mein Körper mittlerweile war. Ich sah zu, wie die Stadt erwachte. Die ersten Läden wurden geöffnet, der Verkehr nahm zu, die großen Reklametafeln wurden eingeschaltet. Ich sah ein Bild einer Frau auf der Reklametafel, darunter ein Schriftzug. Laura weiß, kommen Sie um 16 Uhr zum Mike-Wechsler-Platz. Das Bild wechselte zu einem älteren Mann. Ein anderer Name, aber die Aussage war dieselbe. Und dann ein Bild von mir. Selbe Aussage. Mein Herzschlag schien aus dem Takt zu geraten. Irgendjemand wollte mich fertig machen. Irgendjemand kannte und verfolgte mich. Und dann dachte ich an meinen Sohn. Ich lief zum nächsten Taxi, stieg ein und ließ mich zu meiner Ex-Frau fahren. Jemand wollte mich fertig machen. Da würden sie vor meiner Familie nicht Halt machen. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis ich den Stadtteil erreichte. Ich war nervös, weil ich kein Geld hatte, aber das war egal. Ich kramte in meinen Taschen und suchte nach etwas, das ich im Taxi liegen lassen konnte, aber ich fand nichts. Halten Sie bitte hier, sagte ich, und als der Wagen noch nicht ganz still stand, stieg ich ungelenk aus und lief los. Der Taxifahrer sagte kein Wort und auch mein Blick nach hinten zeigte mir, dass er mir nicht nachrannte. Er telefonierte, wahrscheinlich mit der Polizei. Ich war sicher nicht der Erste. Ich wechselte die Straße ein paar Mal, bevor ich die Wohnung von meiner Ex-Frau ansteuerte. Es war ein Vorort und die Reihenhäuser glichen einander aufs Haar. Noch war niemand von ihnen da. Früh genug. Ich klingelte. Wer ist da? Tönte es aus der Gegensprechanlage. Hey, ich bin's. Oliver? Deine Zeit mit Tom ist erst nächste Woche. Ich weiß. Kann ich Tom nur kurz sehen? Im Hintergrund hörte ich eine Männerstimme. Ein kurzes Gespräch, aber ich verstand nichts. Ich will ihn doch nur kurz sehen. Sandra, bitte. Was ist los, Oliver? Ist nicht wichtig. Ich will doch nur kurz meinen Sohn sehen. Aber nur fünf Minuten, okay? In Ordnung, okay. Ein Summen ertönte und ich drückte die Tür auf. Ich stieg die Stufen des Reihenhauses nach oben und ging zu der Wohnung. Ich begrüßte knapp einen Mann, den ich nicht kannte, und meine Ex. Wo ist er? Er ist in seinem Zimmer. Wir wollten in 20 Minuten eigentlich los zum Kindergarten. Gib mir nur ein paar Minuten, bitte. Sie nickte. Ich ging in das Zimmer und dieses Mal hoffte ich wirklich auf einen Zeitstopp. Doch es kam keiner. Hey, Tommy, sagte ich leise und er lächelte mich an. Er spielte gerade mit seinem Puppenhaus. Ich hob ihn hoch, setzte ihn auf meinen Arm. Sandra stand noch in der Tür und schaute mir über die Schulter. Der Typ war anscheinend in ein anderes Zimmer gegangen. Ich ging mit Tom auf dem Arm näher zu Sandra. Meinst du, ich kann ihn heute zum Kindergarten bringen? Fragte ich. Zum Kindergarten? Ja, ich find das wirklich schön. Es ist irgendwie seltsam, nichts mit seinem Alltag zu tun zu haben. Willst du jetzt jede Woche vorbeikommen, oder was? Nein, nein, nur diesmal. Sie war unsicher. Ich drug Tom an ihr vorbei in den Flur. Ich will ihm nur schon einmal die Schuhe anziehen. Das tat ich auch, während sie immer noch unschlüssig zu sein schien. Ich weiß nicht, Oliver. Kein Problem, ich mach das heute. Sagte ich einfach, machte die Tür auf und ging nach draußen. Sie hielt mich nicht auf. Ich hatte meinen Sohn ja nicht entführt oder Sonstiges, sondern war einfach etwas dreist gewesen. Hoffentlich würde ihr nicht auffallen, dass ich gar nicht wusste, wo sein Kindergarten war. Ich stieg in den nächsten Bus und fuhr mit der U-Bahn weiter. Auf meinem Arm war Tom eingeschlafen. In dieser Stadt lief irgendetwas schief. Ich würde im Bahnhof in den nächsten Zug steigen, einige Stunden fahren und irgendwo aussteigen und mich verstecken, bis dieser ganze Spuk sich aufklären würde. Um zu den Fernzügen zu kommen, musste ich nach oben. Ich hatte Angst, dass in anderen Städten dasselbe Problem wäre, aber es würde sich alles aufklären. Da war ich mir sicher. Ich war gerade in der Vorhalle, als die Zeit wieder anhielt. Ich hielt still, aber Tom wachte auf. Er hatte auch diese Fähigkeit. Er bewegte sich und sah mich an, nuschelte etwas. Ich sah ihn an und wurde nervös und schließlich sah tatsächlich einer der Bewegenden, dass mein Sohn nicht eingefroren war. Ich schaltete direkt und rannte los. Warten Sie! wurde uns noch hinterhergerufen. Ich musste Tom in Sicherheit bringen. Ich rannte durch die Halle, bog ab zu den Schließfächern und setzte ihn in eines der Fächer, wirf Geld ein, schloss es zu und zog den Schlüssel. Ich würde meine ganze Bewegungsfreiheit brauchen. Direkt lief ich wieder los, um nicht zu verraten, in welchem Schließfach mein Sohn versteckt war. Ich wollte mich diesen Wechseln stellen. Ich verließ den Raum mit den Schließfächern, trat in die Haupthalle des Bahnhofs und sah mich drei Männern entgegen. Verpisst euch! Einer kam auf mich zu und ich wollte mich gerade vorbereiten, doch plötzlich wurde ich von der Seite von einer Frau berührt. Ich riss mich los. Bleiben Sie stehen! rief einer der Männer. Ich rannte die Treppe zu den U-Bahn-Haltestellen herunter, bloß von meinem Sohn ablenken. Doch dort standen wieder Leute. Einer hatte ein Metallobjekt in der Hand, was ich nicht identifizieren konnte. Weitere zogen glänzenden Stahl hervor. Sie zielten auf mich und keine Sekunde später war alles schwarz. Es wurde von einem Blitz gesprochen. Das sagen zumindest die anderen. Die Zeit sei lange stillgestanden. Es soll nicht nur einen Blitz gegeben haben, sondern tausende, überall. Wo ich bin, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was mit der Welt passiert ist. Sie wollen uns nichts Böses. Sie sprechen von Potenzialen in uns. Aber das Einzige, was ich spüre, ist der Schlüssel des Schließfachs in meiner Tasche, der jede Minute schwerer wiegt. Sie kommen zum Beispiel. Du fährst jemanden besuchen, einen entfernten Verwandten, vielleicht einen alten Freund, eine kurze Bekanntschaft, ein Anruf, man sollte sich wieder treffen. Du hast zwar ein Gesicht vor Augen, aber es ist mehr schwammig als wirklich real. Erinnerungsbruchstücke kannst du kaum zusammensetzen. Zumindest ist ein Termin ausgemacht und du machst dich auf, um eilig dorthin zu fahren. Es regnet und blitzt in weiter Ferne, aber du machst dir keine Sorgen, denn du bist sicher in deinem Auto. Es ist nicht leicht, das Haus zu finden. Die Beschreibung der Strecke ist mehr schlecht als recht. Du verfährst dich häufig und so kommt es, dass du viel zu spät in der Stadt oder in dem Dorf angelangt bist, als dass es noch richtig wäre, jemanden zu besuchen. Du schläfst in einem kleinen Zimmer, was du für die Nacht noch anmieten konntest. Wärst du einige Minuten später erschienen, wäre für die Nacht abgeschlossen gewesen. Ein wenig Glück hast du. Das Zimmer ist nicht nach deinem Geschmack, aber es lässt sich aushalten, zumindest für eine Nacht. Irgendwie ist es unangenehm. Der Grund, weshalb du herkommst, erscheint dir irrelevant. Insbesondere, weil die Fahrt so lang war. Jemand, den du nur schwer in deinen Erinnerungen zusammenschustern kannst, hat dir eine lange Reise aufgebürdet. Du schläfst lange, stehst mittags auf. Unten an der Rezeption fragst du nach dem Namen, den du mehrmals aussprechen musst, da er immer wieder falsch zu sein scheint. Jedes Mal nickt der Mann hinter der Theke und beschreibt dir den gleichen Weg. Es ist ein wenig abseits, aber dank der Beschreibung findest du das Haus. Du zitterst, es ist kälter als vorhin. Das Haus ist verfallen, wirkt irreal. Als wäre es nachträglich eingefügt worden, wie auf einer Fotomontage. Müde klopfst du an. Niemand ist da. Die Tür ist angelehnt und du trittst ein. Doch hier scheint schon lange niemand mehr gelebt zu haben. Doch trotzdem wirkt das ordentlich. Du fährst zurück nach Hause. Die Fahrt geht schneller. Du bist wieder in deiner Wohnung. Es ist staubig geworden und das Sonnenlicht wird anders als sonst im Fensterglas gebrochen. Du räumst etwas auf, auch wenn du niemanden erwartest. Machst dich zurecht, kämmst dir die Haare und lächelst. Noch schnell telefonierst du, bevor du schließlich gehst. Irgendetwas ist zu tun. Als du den Raum verlässt, lässt du die Tür aber einen Spalt offen. Im Flur kannst du noch hören, dass jemand an deine Tür klopft und eintritt. Die Tür klopft und die Tür klopft und die Tür klopft.